Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Probieren. Heute mit TopMate. Wurde uns zur Verfügung gestellt von der Getränkeidee, das ist die Firma, die TopMate herstellt. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Ja, ist die erste Mate, die ich jetzt so kenne, aus der PET-Flasche. Ja, sonst immer Glasflasche oder zumindest Dose habe ich auch schon mal gesehen jetzt inzwischen. Dose? Martin-Dose. Martin-Dose. Krass, wusste ich auch noch nicht. Ja, wird man sehen. Also normalerweise ist ja PET nicht so geeignet für gewisse Sachen. Also ich finde ja gerade, also Bier aus PET geht ja gar nicht. Für dich als klassischen Biertrinker. Nee, aber generell. Nee, Bier aus... Ja. Zum eigentlichen Thema, TopMate. Ja, TopMate. Koffeinhaltige, das Erfrischungsgetränk im Hintergrund. 22 Milligramm. Im Hintergrund ein Gesicht. Wahrscheinlich der Erzeuger. Ja, weiß ich nicht. Erfrischend anders. Also relativ schlichtes Design. Das ist jetzt allerdings schon die überarbeitete Version der TopMate. Wir hatten ja offscreen schon mal die erste Version getestet. Ja. Und jetzt testen wir doch einfach mal die... Die neue Version. Die Special Extended Directors Cut Edition. Ja, genau. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das riecht... Nach Bienenwachs. Nach Bienenwachs. Nach Bienenwachs? Nach Bienenwachs. So ein bisschen, ja. Ja, also es riecht schon nach dem klassischen Mate. Aroma sogar stärker als es jetzt zum Beispiel, was ich für mich das klassische Ecke war. Denn das ist die Club Mate. Riecht jetzt schon wesentlich stärker. Ist jetzt die Frage, ob sie auch stärker schmeckt. Hat wesentlich... Also im Vergleich zur Club Mate wesentlich weniger Kohlensäure. Finde ich angenehm. Oh, aber... Der Nachgeschmack ist typisch Gräfenwalder Pilz PET. Hat auch ein leichtes Malzaroma irgendwie. Also der eigentliche Mate-Geschmack ist ganz okay, finde ich. Also das ist so eine... Nenne ich jetzt... Also von der Intensität der... Des Geschmacks, des Mate-Geschmacks ist eine typische... Intensi, intensi Durchdringlichkeit. Ja, Durchdringlichkeit, um den klassischen Netzer zu bringen, ist es eine Einsteigermate. Also die ist, sagen wir mal, sehr schwach gehalten. Aber gut. Was jetzt nicht Negatives sein soll. Aber dieses PET, also was jetzt so mein Eindruck ist, versaut das am Ende. Der Geschmack geht so in dieses... Es hat so ein leichtes öffentliches Toilettenabgang. Ne, ne, also so wie... Ich finde der Abgang echt scheiße. So wie Gräfenwalder. Ich kenne Gräfenwalder nicht. Ja, oder typisches PET-Bier. Das ist halt eklig. Ah, du meinst die Bergkrone. Ja, oder sowas halt. So was, die Schlosskrone heißt es, glaube ich. Ja, also der eigentliche Mate-Geschmack ist nicht schlecht. Also der... Kräftig, durchdringend. Ja, es ist so... Und dann kommt der PET-Nachgeschmack, der versaut es. Also da würde ich definitiv der Getränke-Idee empfehlen. Jungs, macht's mal mit Glasflaschen oder in Dosen. Genau. Das sind wir zeig. Ja, also das wäre überhaupt das. Mate in Dosen. Fertig. Pfandecke. Aber jetzt im Vergleich zur ersten, die wir hatten, ist es schon wesentlich besser geworden. Weil die erste war wässrig. Die erste war scheiße. Die ist jetzt schon schön im Geschmack. Die ist rund. Die ist rund. Bis auf den Nachgeschmack. Probiert von PET wegzugehen. Ja. Ganz klare Ansage. Number two. Eistee. Number two. Clubmate, sag ich schon. Clubmate Eistee. Topmate Eistee. Wieder erhöhter Koffeengehalt. 24. 24 diesmal statt 22. Oh, da ist ja mehr. Ja, da ist zwei mehr. Ist im Prinzip das gleiche Label, jetzt halt in gelb-grün anstatt gelb-gelb-gelb. Das gleiche grün quasi. Das gleiche grün. Sieht interessant aus. Hat auch eine schöne Farbe. Ist ein Ticken dunkler, ja. Ja. Mal schauen. Machen wir auf die Kacke. Ich geh nur in Deckung. Wenn's spritzt. Ich lass mich doch von dir hier nicht voll spritzen. Was war das, was so halber explodiert ist, als wir's aufgemacht hatten? Was war das? Ich glaub, pure Koffein. Nee, 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 nee. Das war das Bier in den Böbelflaschen war das. Oh Gott. Wie riecht's denn? Riecht sehr neutral, aber es geht so in die Richtung Zitroneneistee. Zitrone-Limette. Lipton-Eistee. Lipton-Eistee. Schmeckt für mich aber lustigerweise ein bisschen nach Erdbeer. Ohne Scheiß. Ich find, das schmeckt im Nachgang gleich nach Erdbeer. Ich lass das einfach mal so im Raum stehen, aber pass auf, dass du nachher nicht drüber fliegst. Das schmeckt nach Erdbeer. Deine Mutter schmeckt... Alter. Nee, find ich überhaupt nicht. Also, es geht sogar in die Richtung Lipton. Also, es ist schon so Eistee-mäßig, wie man's kennt. Also, mehr so in die Richtung Zitrone, Limette oder sowas. Erdbeer. Erdbeer-Eistee. Ja, wenn du so magst. Gibt es. Ja, also, das ist so eine Mischung. Also, ich find wirklich, ohne Scheiß, jetzt im ersten Ansatz für die Schreckz-Rechter-Eistee. Dann kommt Zitrone-Eistee. Und, aber hauptsächlich von hinten kommt dann die Mate wieder durch. Ja, was jetzt da allerdings gleich ist, wie bei der, der Abgang ist eher malzig und PET-eglich. Und, äh, Leute, also, nehmt das bitte als positive Kritik. Geht weg von PET. Es ist wirklich, es tut eurer Mate nicht gut. Mate in PET ist eine schlechte Idee. Schlechte Idee. Weil, ansonsten, der eigentliche Geschmack ist super. Also, der, das ist zwar jetzt nicht so kräftig, wie jetzt zum Beispiel die Lead-Mate oder sowas, was wir hatten. Ja. Aber, so, gerade, gerade die und, äh, würde ich sagen, ist eine schöne Einsteiger-Mate, weil die nicht zu kräftig ist. Aber auch nicht zu westlich. Krass, wie jetzt die, äh, andersrum. Also, die ist jetzt nicht, äh, nicht zu stark, wie jetzt zum Beispiel die Lead-Mate, aber ist auch nicht zu westlich für den Einstieg. Aber dann, äh, für mich persönlich, äh, würde ich trotzdem auch für den Einsteiger die ganz normale Club-Mate empfehlen. Ja, 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 gut, das ist natürlich, aber sie ist auf jeden Fall, ähm, vom Geschmack her berechtigt. Aber, äh, wie gesagt, also unser Tipp wäre, weg vom PET. Ja. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, schickt ihr uns das nochmal zu. Genau, machen wir so. Machen wir so. Sind wir uns einig, ja? Gut, top, machen wir so. Deswegen ja auch Top-Mate, weil alles top. Wer ist dafür? Okay, so machen wir's. Gut, mit diesen wunderbaren Worten, ach ja, Top-Mate findet ihr wo? Da. Äh, sagen wir am Ende leise Scheiße. Und adios. Vielen Dank.